Guten Abend, herzlich willkommen zum Vorwächsumabend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Mittwoch, den 27.08.2014, es ist 19.16 Uhr ganz genau. Also bis auf den Euro, der heute ein wenig nachgab gegen die Rohstoffwährungen und ein wenig Zugewinne verzeichnen konnte gegen den US-Dollar, bewegte sich erstaunlicherweise relativ wenig. Wir gehen auf die Prognosen vom heutigen Video heute Morgen natürlich ein. Wir schauen uns zuerst den DAX an, kaum Bewegung. Aktuell pendelt er hier letztendlich zwischen dem Vortageshoch und letztendlich dieser kurzfristigen Unterstützung bei 9.550 Punkten. Aber da tat sich wenig, kaum Impulse, auch von der amerikanischen Seite aus, sehr wenig, es bleibt dabei. Das 61.08.Retracement, das begrenzt ihn hier durchaus. Erst über 9.620 Punkten ist er weiterhin long. Gute Unterstützungen sind nochmal im Bereich hier von 9.500 Punkten zu finden. Aktuell eher eine Seitwärtstendenz. Und wie seitwärts der Markt ist, das letztendlich zeigt hier eindrucksvoll der S&P 100 auf dem S&P 500, Entschuldigung, wir sind hier nicht in dem Index, sondern in dem A500er auf dem Stundenchart. Auch hier momentan seitwärts. Wenn Long-Position dann über 2.500 Punkte. Aktuell gutes Unterstützungslevel im Bereich der 1.994er Marke. Bärischer wird es letztendlich dann, wenn wir hier zumindest kurzfristig diese Unterstützung brechen. Dann haben wir im Prinzip Platz bis in den Bereich von 1.973. Dow Jones, auch hier nochmal, den wollen wir auch noch besprechen. Auch hier, der ist weiterhin long. Der ist kurz hier vor einem neuen Allzeithoch weiterhin seitwärts. Korrektiver wird es, wenn wir unter dieses Tieffallen, wenn wir auch damit das Vorwochenschlusskurslevel brechen. Und wenn es unter 16.985 Punkte geht, dann ist er korrektiv. Bis dahin ist er noch weiterhin long und ein neues Long-Signal kriegen wir hier frisch über dem Vortageshoch über 17.154 Punkten, dem aktuellen Allzeithoch sowieso. Im Nasdaq zwei Varianten, aktuell wenig Veränderung. Deswegen will ich da letztendlich auch nicht zu viel reininterpretieren. Wenn sich der Markt nicht ändert, ändert sich die Analyse nicht, Punkt aus. Und in dem Fall ist es so, dass wir weiterhin von diesen zwei Szenarien ausgehen. Könnte korrektiver werden unter 4.051 Punkte, aber, Punkt 10, aber das ist im Prinzip das Korrektur-Setup in dem Fall und damit durchaus mit gewissen Risiken behaftet. Aufgrund der übergeordneten Trendstruktur, die ja ganz klar aufwärtsgerichtet ist, zur Erinnerung der Wochenchart, haben wir gerade eine Korrektur beendet. Und letztendlich sind wir immer noch im intakten, aufwärtsgerichteten Trend. So und diesbezüglich sind Short-Positionen natürlich ein bisschen gefährlich. Letztendlich long hier über 4.080 beziehungsweise bei 4.000 Punkten. Dass wir so wenig Bewegung heute gesehen haben, lag unter anderem auch an dem Nachrichtenabendtag. Also seien wir mal ehrlich, was wurde heute wirklich veröffentlicht? Gar nichts, das nennenswert hier interessant ist. Wichtig wird natürlich morgen sein, denn morgen kriegen wir vor allem aus Deutschland, um kurz vor 10.09.55 kriegen wir die Arbeitslosenzahl und die Arbeitslosenquote. So rum, ich wollte schon weites auf einmal sagen, Arbeitslosenquote. Dann um 11 Uhr europäische Wirtschaftsstimmung, um 14 Uhr Verbraucherpreise für den August. Und vor allem dann um 14.30 Uhr nochmal hier das BIP aus den USA fürs zweite Quartal in der zweiten Veröffentlichung, inklusive der erst- und fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Also hier durchaus einiges an Musik drin, was die Nachrichtenlage angeht. Und daher gehen wir davon aus, dass wir morgen durchaus wieder mehr Volatilität sehen sollten. Das hier erstmal aber zum Thema Nachrichten, das zum Thema Indizes. Silber weiterhin sehr interessant, bewegt sich aktuell kaum. Wir hatten gesagt, wenn die Long-Position dann letztendlich hier über diesem letzten Hoch beziehungsweise Tief, das wäre dann mit einem Trend-Wende-Signal gleichzusetzen. Sollte man weiter auf der Watchlist haben, aktuell hier seitwärts untergeordnete Unterstützung im Bereich der 19,30 Uhr, Widerstand im Bereich der 19,83 Uhr, können das Ganze nochmal kurz mit einem Template abgleichen, wo ich noch einige längerfristige EMAs drinne habe, weil das ist zusätzlich hier nochmal wichtig. Naja, und was uns auffällt ist kurz, kurz, summa summarum, kurzum hier, die 1980er-Marke scheint schon die richtige zu sein, denn wir haben auch hier noch eine wichtige EMA. Brechen wir diese mit, hätten wir dann erstmal untergeordnet eine Trend-Wende und vor allem Platz bis in den Bereich der 20,15. Ist zumindest ein Sculpt-Wert, das ist einer der härtesten Widerstandsbereiche. Das heißt, wir gehen davon aus, dass er dann beispielsweise hier ausbricht, das Pullback macht, eben hier, also im Prinzip der Ausbruch kommt, Pullback tief in die EMAs, drückt einen wieder runter, und dann wird natürlich hier unten der Pullback interessant. Das wäre so die Long-Variante, die sich hier erstmal im Silber vorschwebt. Short wird das erst unter 18 Dollar, da muss er erst übergeordnet das Dreieck brechen. Euro-S-Dollar heute leicht Bullish, allerdings auch da nicht nennenswerte Bewegung. Was waren das heute? 37 Pips, also das kann man sich auch getrost schenken. Wobei letztendlich morgen durchaus da mit mehr Volatilität zu rechnen ist. Short-Position, da bleiben wir dabei, eignen sich erst letztendlich im Bereich von 1,33, 1,33, 30. Wir haben hier noch das Gap offen bei 1,32, 40, also ich bin da momentan skeptisch. Für den Long ist er mir viel zu schwach, für den Short ist er aktuell nicht genug am Widerstand oder bricht nirgendwo durch. Das bedeutet, dass wir aktuell hier so ein bisschen im Niemandsland pendeln. Da kann man sich auch getrost einfach andere Währungspaare anschauen, die sind wesentlich interessanter. Zum Beispiel den Australisch-Dollar, US-Dollar, den ich gleich vorstellen werde. Das heißt, ein Durchbruch-Short hier unter der 1,31, 50er Marke wäre etwas. Ansonsten will ich erstmal eine schöne Korrektur sehen. Wir sind auch schon ein bisschen überdehnt, muss nichts heißen. Aber wenn er jetzt im Prinzip hier erstmal so in diesen Bereich korrigiert und uns hier einen Abpraller gibt, wäre das in Ordnung. Da ist aber der Australisch-Dollar, US-Dollar wesentlich attraktiver aktuell. Er ist hier über dem Vortageshoch aktuell bei diesen Durchbruchsniveaus. Und sollte er hier über das Vorwochenhoch ansteigen, erwarten wir dann Kursziele von rund, in Pips ausgedrückt. Hier erstmal relativ wenig. Das sind ja dann im Prinzip nur erstmal 30 Pips, bis wir hier zu diesem kurzfristigen H4 hochkommen. Aber wir haben dann durchaus wieder mehr Platz nach oben. Es wäre ein erstes bolisches Signal, sicher. Und das übergeordnete Kursziel wäre dann hier wieder die 0,94, 70er Marke. Der Australisch-Dollar-Japanisch-Yen, der Ausbruchskandidat schlechthin. Also mustergültiger kann sich der Chart, ich sage mal, nicht mehr anschmiegen an den Durchbruchspunkt, nicht mehr anschleichen. Wir haben damit ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis beim Ausbruch hier über die 0,97, 20er Marke. Der Euro-Cut ist im Übrigen durchgebrochen. Hat das Short-Signal getriggert, hatten wir oder sind wir schon darauf eingegangen mehrfach. Die 1,40er Marke wurde durchbrochen. Wir hatten auf dem Wochenchart oder auf dem Tagesschart, das spielt keine Rolle. Wir hatten hier darauf hingewiesen, dass genau dieser Widerstandsbereich ihn momentan aus Short-Sicht noch behindert zu fallen. Und wir hatten gleichzeitig gesagt, fällt die 1,44, dann kann man den Sell-Off erwarten. Dieser tritt aktuell ein. Schönes Marktmuster aktuell. Mal schauen, wie lange die Bewegung jetzt anhält. Das war es von meiner Stelle aus. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Feierabend. Good Trades, wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.